Der Feind ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Sie bleiben im Raum, Keitel, Jodl, Krebs und Bogdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer sind Sie? Der Angriff Steiners war ein Befehl, so wie das Meisten! Oh, meinst du das also, Gettel? Der Militär hat mich verlogen! Der hat mich verlogen, so wie er es ist! Die gesamte Generalität ist dem Zweite als ein Haufen niedersträchtiger Streude oder Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblicken... Ich bin Feiglinge! Verreicher und Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist ein Geschmacks des deutschen Falsches! Sie ist ohne Ehren! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lernen, wie mein Messer Gabel hält! Jahrelang hat das meine Firmationen nur verhindert! Es hat mich gegen Widerstand in den Weg gelegt! Es hat der Kump daran getan, von Jahren alle Höhrenoffiziere nicht gegenzuremten, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie, und doch habe ich allein, allein auf mich das Geld, ganz Europa erobert! Verräter! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es war ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie werden das Saufen in ihrem eigenen Blut! Sie werden das Saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Ich bin in den Wind! Ich bin in den Wind! Untertitelung des ZDF, 2020